So, jetzt wieder am Start. Und zwar hatte ich 1080p gestreamt und das ist nicht so gut. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Du siehst es doch noch gar nicht. Doch da oben. Das ist ja das Originalbild. Achso. Da ist das Stream. Da hat er eine Werbung. Da hat es halt dann wohl Werbung. Wohnt wohl im selben Ort? Alle riesigen Nebenwirkungen fahren sie unter oder nicht? Nein, warum streamt jetzt nicht? Moment. Aktualisieren bitte. Ja, da kommt was. Schwarz ist. Black screen. Achso, das ist live. Gut. Ne, wir wohnen nicht im selben Ort. Er wohnt. Wie viele Stunden wollen wir anfangen? Vier. Vier und halb. Vielleicht auch fünf. Keine Ahnung wie sowas. Das sind 300 Kilometer. Ah ja. Gabax. Grüße. Sauber. Nur wird es halt rein. Ja, jetzt glaube ich jetzt darf es nicht mehr rum. Das ist jetzt glaube ich. Sorry, das war mein Fehler. Ich habe mal wieder an eine Kleinigkeit nicht gedacht. Das ist so schlimm. Kann man Ihnen verzeihen. Komm, ich drücke jetzt. Ich will es fighten hier. Ich bin nervös. Wir fighten. Nicht so aufgedrückt hier. Doch, ich bin töten. Oh, zu viel. Aufzudrücken. Okay. Ich bin der Undertaker. Oh, weg. Wie geht das mit dem Rauschmeißen? Ich muss ganz ehrlich gestiegen. Ich habe Y1 mit noch gar nicht gespielt hier. Das ist unbestimmt, oder? Das ist schön ohne Delay. Also, wenn wir mal unser Turnier machen, da ist das immer alles ein bisschen mit den Drücken. So, jetzt kann ich aber direkt mal richtig schön drücken hier. Das Problem ist, dass ich jetzt erst mal mit dem Nicht-Delay wieder zurechtkomme. Ja, jetzt legst du erstmal noch die Mütze hin. Ja, extra zum Zocken angereist. Ja, einen schönen Abend zu verbringen. Wir haben lecker gegessen. Ich habe gekocht. Unten ist weggerannt. Wie zu viel Soße. Ja, der wollte 1,5 Kilo Käse haben. Habe ich natürlich reingepackt. Und dafür aber auch reise Schlitter als Soße. Also, wir waren nur kochen. Üben wir nochmal. Ich wollte ja, dass es satt wird. Ja, ja. Von Wasser oder? Wasser. Du hast ja 3 Liter Wasser Käse am Tag. Muss man schon trinken. Wasser Käse. Ach komm, ich lass euch mal. Nein! Ja, dann lass uns doch unten. Warte, ich schmeiß dich mal kurz raus. Ich muss jetzt eine Kaste drücken und du musst da unten in diesen Runden. Ach komm schon. Ist doch unbelievable. Ja. Wir können ja auch zusammen rausschmeißen. Jetzt warten. Der Onkel ist so ein Feigling. Er sieht, dass ich im Kampf mit dem einen bin. Und was macht der? Warum soll ich den jetzt schon rausschmeißen? Warum fasst du mich an? Ja, sauber. Ja, sauber. 100 Jahre bis man sich anmelden kann. Das ist ja so. Hast du gesehen? Ich habe gelesen und habe abgefloppt. Alter. Hast du das gesehen? Kombination. Leute schreit den Onkel voll. Das lenkt ihn ab. Onkel, guck mal. Guck mal schnell. Was? Wie leckt bei dir? Ja, also... Diesmal ist es nicht mein Internet, nicht mein PC. Ich bin ganz raus. Warum leckt denn jetzt schon wieder das Internet, Mann? Warum leckt denn jetzt schon wieder das Stream? Du solltest mit dem Handy auch freinkommen. Ich habe es auf 720p natürlich. Lass du mich jetzt mal in Ruhe? Ist sowas gegenseitig geblockt? Hey, oh oh. Jetzt komme ich. Ja, lass uns das eine Match schnell zu Ende machen, oder? Ja, dann gucken wir mal. Dann werde ich doch mal... Du musst halt doch mal mit dem Rudern herstellen. Hm. Ja, meine Damen und Herren. So ist er dir, ne? Mit dem Ohm gehts Internet. Bei mir kann sowas nicht passieren. 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 Das stimmt der Hamster, wenn er so viel rennen muss. Oh, der Wildbag. Das ist ein Muskelpaket. Hi. Hi, Max. Ich wüsste vielleicht mal nicht. Ach so. Sauber. Er kann das mal einstellen. Ja, ich bin dabei, sozusagen. Soll man das Match pausieren? Muss ich den Rudern? Nein. Schreib zu den Kommentaren. Soll man das Match pausieren und den Rudern neu starten, dass sie es besser sehen können? Oder sollen wir das Match zu Ende machen und dann danach? Weil es dauert ein kleines Stück. Ich muss schnell den Rudern neu starten. Das sind so Sachen, die hat man einfach nicht unter Kontrolle. Das scheiß, woher macht man sowas oder wer? Guck mal, wenn ich mit dem kleinen Wildbag mache. Das ist ein Muskelpaket, ist das, ja? Mein Gott, ey. Und ich schmeiß ihn einfach hin und... Oh! Wer ist das denn? Das ist Elvis. Guck mal, was der für... Wie heißt das? Also gerade geht. Kein Weggerade. Ja, ihr könnt noch bis nach dem Match sagen, wie... Oh, oh, oh! Ich will raus! Ich will nicht raus! Ich will rein! Was muss ich denn drücken? Vierk! Also, okay. Ich muss die Tasten drücken, oder was? Wischte ich? Der hat mich einfach aus dem Ring... Du hast mir jetzt total mein... 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 Was ich gerade gesagt habe. Schreib es einfach rein. Ja. Der große Berater, der... Der ist... Der steht im Bild. Boah, ist der fett. Der Wildbag macht da gerade... Aber die Vogel hast du bei ihm drin. Ja, ja. Den nehme ich noch. Boah! Der hat die Elvis Presley. Guck Ketten. Guck Ketten. Guck Ketten. Mann, lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Helfen mir doch mal! Kettlocken. Ja, Kettlocken. Also gerade... Ah, jetzt mal jetzt. Ich habe geblocken. Ja, wundervoll. Achso, für alle Leute, die das noch nicht so oft zugucken da ist. Also, wenn ihr was schreibt oder sagt, das kommt immer ein paar Minuten später, ne? Richtig. Es sind Lacks da. Es sind vorhanden. Scheiße, ich fall gleich raus. Nein, da sind keine Lacks vorhanden. Ja, es ist Delay vorhanden. Also, ich glaube 30 Sekunden oder sowas. Wenn ihr was schreibt, dann dauert es ein Stück bis wir antworten. Ist normal, damit man nichts vorsagen kann. Ich hatte einen großen Wunsch für ein Hammer geiles Match. Hey, ne? Dann, wir sagen doch. Wünsche. Ja. Wir haben einen Zettel und einen Stift. damit ich schreiben kann. Oder kannst du das? Du wolltest ja auch malen, ne? Du wolltest die Matches auch malen. Ja, ich... immer bei dem Artikel die, dann mach doch Tippen. Das Kabel. Was steht da oben? Ich will auch mal lesen. Ich kann das nicht lesen, das ist so klein. Kannst du das grusamer machen? Achso. Du hast gerade bei den sinnvollsten Kommentaren... Ja, der Fette, der lässt mich in Ruhe. Oh, 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 oh. 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 Ich habe gerade mit dem Rock zu tun. Oh, ich habe auch einen Rock. Oh, der hat mich raus. Ich bin, äh, ich bin mal ganz kurz den Rien inspektieren, ja? Mit dem Andertiker. Oh. Die jetzt weg, oder? Oh, jetzt greift er mich an. Ne, du kannst den Lesen wählen. Du kannst den Lesen wählen. Du kannst den Lesen wählen. Oder? Ist das normalerweise die nächste Nummer wählen? Oder bist du jetzt einfach damit? Ich hoffe. Ich bin der Nächste. Ja, der Fette, der ist so stark. Ja, man kann auch Andertiker liegen kennen. Na. Ich bin der Nächste. Mein. Hallo, Eric and Cain. Ich habe gerade gecheckt, ob die uns angucken können. Sauber. Läuft. Das Besitz kannst du gar nicht. Ey, meine Kette ist abge... Guck mal, die Kette löst sich schon auf. Die Kette löst sich schon auf. Die Nervosität. Die Kette ist nervös. Die Kette, ja. Oder? Äh. Ja, normalerweise müsste ich das jetzt aufschreiben. Ja, Mann. Hallo. Ja, Mann. Soll ich eben schreiben? Ich habe gerade nichts in der Hand. Also mache ich nichts für ein Tuzer im Cutler. Warum spielst du das Ding? Warum hast du eine Maske auf? Ich kriege die Kette gerade zu sehen. Warum hältst du das nicht ausgehängig? Oder bist du jetzt schon jemand anders und du spielst einfach bloß nicht? Haha. Nee, ich gehe raus. Achso, ich bin vielleicht so wog. Nee, der hält sich verpasst. Ach, leck mich doch. Ehrlich jetzt. Ja. So war das halt. So. Ja, ich bin der jetzt... Ja, nee. Ich bin tatsächlich so ein komischer Clown hier mit so einem halben Lacken. Tarzan. Au. Ich bin Tarzan. Ach, der kommt ja schon. Hier, psch. Aber Tarzan ist gut. Ich bin ausgerüstet. Wir waren nur Alk und Trainieren. Nichts gut. Hey, ich hab schon verdünnt, ja? Was sonst brauche ich nur ein Bier? Dann warst du nicht mehr. Wenn Training hat er verdünnt. Krass. Krass. Was ist denn da gesagt? Aber was muss ich denn jetzt drücken wollen oder an? Was muss ich denn jetzt drücken wollen oder an? Fähig jetzt? Wo ist es schneller als ich? Oh, das ist was cool. Ich hab den Arnke rausgeworfen! Gut, oder? Und dann mit Tatsachen. Ey, ich schäme dich. Ja, das passiert. Achso, guck mal. Ich kann's hier ausgehen. Du konntest du morgen bestimmt immer das Trägerpick. Nee, ich war abgelenkt. Ich würde sagen, dann bin dein Ziel. Wer bist du? So, kommen wir wieder auf die Kommentare. Im Käfig. Okay, warte. Hellen ist ja geil. Also, Undertaker. Ich bin Undertaker, ne? Ihr könnt auch aussuchen, welchen Undertaker. Es gibt ja drei verschiedene. Einmal diesen Biker. Den alten von Mystery of Darkness, glaube ich, hieß der. Und es gibt noch der... Der war nur halt Rude Bang. Schick. Der war auch. Ja, das ist seine Atmosphäre, seine Aura hier. Ich mach ihn eins. Ich mach ihn eins. Boah. Nee, ich hab vorhin so warm gegessen. Und ich bin immer... Ich muss aber auch schon wieder warm. Ich könnte über das Fenster befreien. Ich hab auch ein Pullover dabei. Also, wenn's kalt wird hier, dann zieh ich mich an. Pullover? Pullover. Du, jetzt komm ich. Ich bin Rikishi. Achso, ein dicker. Ein dicker Keller. Ja, Rikishi, den haben wir schon im Turnier gehabt. Ja. Der Y-Bag ist ein dicker Muskelwand. Also, ich. Und der Rikishi ist... Rikishi. Du bist doch der komische Spanier. Ja, er sieht ja hier. Aua. Das tut doch weh. Ja. Deswegen ja. Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Wie heißt der Rost? Den hab ich denn da. Du hast den komischen Simon Gottsch. Ach gut, der heißt aber Simon. Also, Simon ist ein schöner Name. Wiesst du das? Mit deinem Teil. Mit dem Rivan ist das ein ganz toller Name. Wann muss man heißen? Die Arroganz hier spricht wieder. Zu wem? Was? Den alten, beiden alten. Achso, beide die alten. Ah, okay. Ich verstehe. Was heißt? Beide mit alten. Oh, ich bin vorbeigelassen. Du hast aber nur 30 mal eingestellt, ne? Ich geb nicht mehr. Achso, okay. Aber welcher warst du noch mal? Ach, der dicke, der mit jetzt unbeirkt. Der mit der dicken komischen Badehose. Der mit der Halskette. Okay, haben wir schon mal ein Match. Dem seine Halskette funktionieren will. Und Sergeant Gaming hat immer so laut gebrüllt, dass er geile Matches für uns hat. Und ich sehe hier kein einziges von ihm. Der schläft. Hast du eingeschlafen? Ja, ja. Okay. Alter, hab ich dir erlaubt mich zu schlagen? Oh, Mann. Ich bin Tarzan, der kann nichts. Oh Gott, der fährt jetzt spät auf meinen Kopf. Du bist Charlie Chip, du meinst. Charlie Chip. Hollywood Klassiker, ja. Und hab ich auch den Bart dazu, ne? Das ist bei Fallout. Sei froh, dass ich keine Ha-Klammer habe. Er hat keine Chance. Oh, nochmal. Mit der Ha-Klammer geht alles. Das müssen wir mal schön verarbeiten. Das hat jetzt eine kieschige Sache. 61 Prozent. Oh, der haut mich. Der haut mich. Du bist unkonzentriert. Nein. Gar nicht. Guck. Ich nehm dich. Dann kannst du schweigdrehen. Oh, Sergeant Miller. Also, ich würde gern ein Hellm Cell Match sehen. Also da, wo man raus muss. Was? Was? Der liebe nette Omduebe kommt, weil er sein... Ey, jetzt... Jetzt guck, lese doch mal. Du sollst lesen, damit ich sie rauswerfen kann. Lese doch mal, was da steht. Äh, Omduebe kommt, weil er extrem... Hier gibt's kein Ray Mysterio. Doch. Ne, haben sie ihn rausgestiegen? Warum? Das ist ja kank, oder? Wieso? Das ist meine Idee. Er hat sein erstes Match über die japanischen Liga. Ich glaube, der hat ihn umgebracht. Ach! Ja, ich hab das gesehen live. Aber er war da doch gar nicht. Das war doch ein anderer, ne? Das heißt, du redest nicht. Ray Mysterio gibt's hier leider nicht. Krass, der hat gleich einen getötet mit seinen Six von Line oder... Also bitte, würde ich jemand anderes wählen für mich? Du sollst den Great Cali nehmen. Oh, den gibt's auch nicht, den Great Cali. Boah! Ist der auch eigentlich mal umgebracht? Great Cali gibt's ja auch nicht. Die bringen allein um. Ah, ich kann nicht mit rauswerfen! Ach, scheiße. Warte, ich helf dir. Das ist ja Stardust. Meine Schwester kennt ja noch Goldust. Der Idiot da. Der Goldene mit seiner Plastikriebe, die der anzieht. Also, Great Cali ist ein Dings, leider nicht. Guck, wie stark meiner ist, wenn das ein Mensch... Ey, guck dir das mal an. Der hebt ihn dreimal hoch und geht in die Knie. Das kann nicht jeder. Mhm. Wie so? Was, was, was mir jetzt jetzt angebracht hat? Wenn das? Guck mal hier. Ach, sch... Wollt's mal aufzulocken? Was? Oh, hier... Ich hab ein Zeitpunkt in dir. Doch liegt doch grad. Nein, du, du fasst mich nicht ganz ganz. Wir waren, wo kommt die größten und fetteste. Die Great Cali kriegst du, Andriy's Child? Oh ja. Und ich denke, du... Guck mal, meine Freunde. Guten Abend, man zu holen. Ah, guck mal. Hey. Hörbeck Big Daddy ist auch da. Hat er sich jetzt angemeldet? Wie hat er das denn jetzt geschafft? Einen wunderschönen guten Abend Lieber Eltern vom Geheimdienst Sparta Klaus Warum liege ich denn da am Boden? Mann ich trinke jetzt was, ich bin hier geschützt. Du wirfst mich da drauf. Der ist ja auch schon tot, oder? Nee, der hatte einen Schlaganfall. Scheiße. Was? Der ist auch schon tot? Nee, Scheiße. Nein, dass der ein Dings hatte. Fuck, ich kriege die falschen Tasten. Warum? Was macht der? Ich häng dich gleich an deiner Halskette auf. Er ist zu fett, er ist zu stark. Ich kann mit meinen komischen Tasten... Du bist extra angereist, zocken. Ja, du bist extra angereist und zocken. Ja, ich hab den Onkel extra besucht. Einfach, damit ich mal essen kann. Ich esse zuhause nichts. Nee, Quatsch. Aber wir zocken heute Nacht. Komm schon, jetzt. Wieso? Ach du hast einen Finisher, Mann. Ich wollte den Tasten dann eh nicht mehr spielen. Ist einfach so. Dann musst du in deinen Start reinfolgen. Ach so. Den nehme ich den nächsten. Salsi, wenn ihr wollt, ihr... Danke, Mauer. Jetzt kannst du dich auch selber mal nehmen. Seht gut aus. Du siehst gut aus. Keine Ahnung. Das lässt sich andere urteilen. Der Buetara, der ist auch... Nee, der lebt noch, aber der... Er hat doch nicht mehr sein rosa Kostüm an, ja. Lest doch mal bitte. Ehrlich? Ach so, ich lese. Alle Schlaganfälle. Ich wünsche ihm noch ein Match. Ja, klar. Wollt ihr es mit scharfen Regeln haben, so wie ich das mit meinen Kumpels ab und zu mache. Scharfe Regeln. Ich wünsche mir noch ein Match. Na, ist doch nice. Aber Brad ist da. Ja, wünscht euch Matches. Ich habe bis jetzt ein Match aufgeschrieben und das ist Undertaker gegen Kane. Forder den Onkel, schreibt Matches. Auch wenn wir die gar nicht schaffen. Aber schreibt sie rein. Cage Match. Undertaker gegen Kane. Und das Hell in the Cell mit dem kleinsten Ding. Wir können auch genau, was wir machen. Und was noch anderes, wir können auch Tag Teams machen, dass wir beide gegen Computer spielen. Das geht ja auch, oder? Schärme die Schwierigkeiten ein bisschen. Ja, das war richtig. Ich bin ja die Kirche. Das habe ich gerade vergessen. Ich dachte jetzt auch immer, weil ich Brad hard gelesen habe. Du spielst auch mit, oder? Das war wohl nicht witzig. Doch, der war witzig. Du so hörst du es leider. Oh ja, andere Taker war. Der ist leider schon raus. Den hat er die Warnung. Du bist du LeBrowler, hm? Okay. Ich kann nichts dafür. Der hat meine Knöpfe haben nicht funktioniert. Ach so. Der Anlachs. Komm ich jetzt auch noch mal rein? Ach, ich bin schon drin. Ach Gott, ich mach gar nichts. Das war typisch. Und ich denk, wann komm ich denn in die rein? So, ich werfe jetzt erstmal den komischen schwarzen Latex-Jungen hier raus. Der ist mir hier falsche Abteilung gewesen. Und wer gesagt, guck, guck! Und raus! Also hab ich den Dicken raus. Nein, der wird nicht raus. Du bist doch einfach. Du bist doch einfach in Ruhe. Ich mag die Badeuhrsinn nicht mit den komischen Zipfel drin. Gefällt mir nicht. Oh, hörst du das mal aus? Mein Gott, jetzt geht das schon wieder los mit dem Blocken. Ich kann wieder ausfüllen. Ich kann wieder ausfüllen. Onkel, lass mich doch mal in Ruhe. Du hast mich doch angegriffen. Du, Gleif, guck mal, du fasst mich schon wieder an. Und guck mal einfach mit dem Rücken auf den Kopf. Am Boden. Mit dem Rücken auf den Kopf. Das geht auch, ja. Gibt es das ein Match mit einem Sack? Nein, gibt's nicht. Oh, ich leg mich kurz verbeug mich vor dir. Was, ein Sack-Match? Nein, gibt's nicht. Die haben alles rausgeschmissen. Die BGE ist echt verarmt. Können sich keine Särge mehr leiden. Ich bin ein Sack-Match. Das ist voll geil. Oder A Bird Alive-Match. Was ist das? Voll geil. Gibt's in der Krankenwagen-Match? Voll geil. Voll geil. Kennst du das mit dem Krankenwagen? Ja. Gibt's das? Es gibt hier nur die Standard-Matches. Hardcore. Keine Sorge. Das ist BBB-1918. Elimination-Chamber gibt's auch. Und Elimination-Chamber, das ist nur so ein Match. Ach guck mal, das ist einer der kleinen Jungs. Ach, das ist doch, ja. Ray Mysterio. Das ist Ray Mysterio. Ja. Da gibt's aber noch ein kleiner. Ach nee, das ist Sin Cara. Genau. Das ist Ray Mysterio. Das heißt, ich muss Sin Cara nehmen und du nimmst dann den Andrew the Giant. Ich nehm. Ja, das ist in Ordnung. Okay, das Match muss ich dann notieren, falls ich mal rausfalle. Aber Rivano, der drückt jetzt irgendwie nur noch falsch. Ja, ich war abgelenkt. Weil... Ich weiß es nicht. Überleg's mir mal. Wenn ich sie rausfände, sag ich dir Bescheid. Keine Ausrede aus. Keine Ausrede. Was macht der Fette? Ey, ohne Witz. Ich hab dich gar nicht anvisiert. Und du machst dir ja was mit meiner Fette. Guck, und dann winzelt der noch. Weil du mit deinem fetten Arsch mit gewirrt hast. Das gibt's gar nicht. Guck mal, jetzt kriegst du den weg. Boah, der packt dich nicht jetzt. Endlich. Fang, ey. Ich will dich die ganze Anfahrt... Ach, ich helf dir, rauszuhören. Aua. Oh, der Boy tat ist zu stark, Dexloser. Wechseln. Wechseln. Da ist jetzt nur der Haar. Aber ich muss den jetzt raus schmeißen. Oh, oh. Kein Problem. Au. Ach, scheiße. Ich muss die richtigen Tassen drücken. Scheiße. Oh, ganz schnell. Das war ganz knapp. Ich könnte mich mal raus schmeißen. Ich würde gerne die Kommentare mal lesen. Oh, alter, später. Geiler, jo. Ich bin bis 14 mitgegangen. 2014. Teal, sie, ein Leiter-Match wäre was. Kommt nicht zu lesen. Das ist richtig. Leute, was sagt ihr? Soll Onkel den Kleinen nehmen? Oder eine Le... Nee, Mädchen, Frau gegen Mann geht nicht. Ich würde die Ladies sagen, der Onkel ein Pro ist. Schreibt ihr eure Meinung. Dann ein Cover-Match. Also ein Leiter-Match. Du bist ein Pro, der hat das denn geschrieben. Du kannst mit Lex Loser spielen, kannst du. Also er sagt Leiter-Match, denke ich mal. Cover-Match ist das Ding. Oder Money in the Bang. Ja, sagt an, wer hat die gesehen. Oder... Und wir können auch Tag-Teams machen, ne, Leute. Das geht auch. Also dann immer ich mit Onkel zusammen. Alle drei zusammen. Ey, guck mal. Meiner macht den Links ab. Boah, ist das geil. Kann ich deinen Kopf dagegen hauen? Ja, du kannst deinen Kopf dagegen hauen. Ja, hier geht's überhaupt. Das ist die Uncut-Version. Da können wir auch die Arme abbeißen. Wir sind hier nicht allein. Versteht. Können wir auch Kämpfer töten? Und wir haben das DVD geschmissen. Geht das? Guck mal, ich cover den. Ist das schon mal passiert in einem Voyawumble, dass jemand gecovert wurde und der sich gewundert hat, warum das nicht geht? Ja, von dem einen Neger, der keinen Gehörer hat. Nein, denn jetzt? Von dem kleinen weißen Neger, der keinen Gehörer hatte. Das wär's denn du. Ja, genau. Guck mal, siehst du diese Frisur, dieser Typ, der hat das. Ich schmutz hier ja. Ja, ich auch. Ich will weiter ins Bild rein. Warum? Keine Ahnung. Wir müssen verstecken. Wir müssen verstecken. So, nur Messen. Halloween ist vorbei. Ich bin die Masse kaputt. So, ich drück Kreis. Ich drück X. Und ich zeig. Und es muss weg! Er muss weg! Ich dachte, er ist einfach schneller. BAM! Ich bin einfach schneller! So, dann nehme ich mal die 18. Ich hab den Onkel gebrochen. Endlich, endlich mal ein Bierchen trinken sie. So, jetzt schreibe ich mir mal auf. Also, wir sollen also... Und er stellt immer sein komisches Ding hier an den Weg. Seh ich nicht. Kann ich auch mal lesen? Guck mal. Diese Seite komischer Schlag macht er gar nicht. Dann soll man irgendwie noch nen Lennauwitz machen. Kommt hier nicht zum Lesen. Nee, im Moment ist echt übelst los hier. Mann, Mann, dein Ding ist ja... Was soll ich machen? Ich kämpf doch! Wir sollen leider nichts machen, aber wer? Wer? Das steht noch. Okay. Hey Onkel, gibt es hier in 2K16 auch Miniman? Ich meine, den von WWF, wenn wir den noch kennen. Ich würd sagen, Freunde, wir machen gleich, wenn das Match vorbei ist, gehen wir einmal ins Menü und zeigen mal kurz, welche Matches es gibt. Dann können die sich auch noch... Ja, welche... ...arten. Es gibt ja auch noch Extreme Rules, da können wir uns mit nem Stuhl verpultern. Achso, ich wollte ja hier drinnen, genau. Ich bin schon fast drin. Und, schmeckt gut? Ist warm, ne? Ich hab's gewärmt. In meiner Hand. Gebt doch einfach mal auf... Ja, 2 gegen 2... Ja, nehmt andere Träger und 3... Ich cover immer, ich... Ah! Ah! Ah, fuck! Ich bin drin jetzt, oder? Ja, ja, du bist der Erstlieke mit der Maske. Du hast nur noch Leute mit Masken, ne? Komm mal her, Maskenmann. Ich werf die kurz raus, darf ich mal. Hab ich eigentlich mal nen Finisher? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ach, da ich nicht. Ich bin wirklich auch mit dem. Nee, ich hab kein Finisher. Ich bin... Wieso bist du denn denn? Wieso? Ich bin total angeschwächt. Der Sargent Slotter ist doch schon auch schon tot, ne? Guck mal, der für Geheimratsecken hat. Boah, schrecklich. Ich hoffe, mir sehen die Obersauce aus. Du siehst schon, warum? Verdammt. Nein, ich bin schwarz, ja. Lass mich mal holen. Ach, schwarz. Du hast mich dann nicht schwarz. So, was? Geh denn jetzt bei euch doch streamen. Müssen wir doch nochmal neu starten, oder können wir es so lassen? Ui, ich sehe ich 18 Zuschauer. Boah, das fühl mich geehrt. Ich fühl mich hier irgendwie eingeengt, was ich gemacht habe. Das ist mein Bizeps, das ist so groß. Ich sollte mehr Salat essen, dann wird er kleiner, ne? Hör mal auf, Mann! Ich mach doch gar nix. Das bist du, das Erdbeeren. Der Onkel lebt in einer 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 Erdbeeren. Der fährt nach Auto, der fährt nach Auto. Fährst du, ich muss drücken. Tasten. Oh, ich bin rausgeflogen. Du hast mich abgelenkt. Ich war abgelenkt. Warst du das? Der fette, der fette Rusef. Der Rusef. Der hat mich rausgekommen. Soll ich mein Fenster machen? Ja, das lief, klar. Der Onkel kann sich nicht bewegen. Ich mach das schon. Wie geht denn das? Oh, wir geben den Fenster auf. Leute, erklärt Marivano, wie ein Fenster aufgeht. Nee. Ich hab zu Hause keine Fenster. Aber ich bin nass draußen. Wenn du mich noch einmal adreppelst, glaub ich, dann fink ich aus. Ich kann nix dafür. Ich brauch ja auch Platz für meine Beine. Welche Beine? Guck dir das mal an. Ich bin fast aus dem Bild. Was? Ich bin fast aus dem Bild. Du bist mittendrin. Wir machen nachher ein Tischtennis-Duell. Wir haben nämlich einen Tischtennis-Platz. Und dann nehmen wir mit Chakos machen wir das. Ey, du bist mitten im Bild. Du musst dich noch so machen. Wer bin ich? Ach, ich bin noch gar nicht drin. Ach so. Ich drück die ganze Zeit nicht. Wer macht denn jetzt welche Moves? Ach nee. Bist du der behaarte Nacht? Ach nee, du bist der Menker, ne? Der hätte komisch Knast-Outfit. Ich schütze mich aus. Ich schütze mich aus. Ey, geil. Der muss mit den Beinen wegziehen. Mann, 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 Mann. Das kann aber was werden. Ich muss heute ein paar Mal gewinnen, liebe Leute. Wo seid ihr her? 2.12 Uhr. Wo seid ihr her? Also ich komm aus Thüringen. Aus Greiz. Ich komm aus Bayern. Und ursprünglich aus NRW. Alles ist schön. Sag mal ne Stadt in NRW. Schnell. Ratta, ratta, ratta. Okay, ich helf dir. Wo ist die Gamescom? Mein Freund, wo ist die Gamescom? Du schaffst das. Was? Wo ist die Gamescom? In welcher Stadt? Oh Gott. Oh Gott. Wo ist die Gamescom? Wo ist die Gamescom? Jungen. Was ist denn los? Fick mit Kahn. Oh. Ich schreib mir 100 plus Besuch. Bin ich schon drin? Ja, war Köln. Richtig. War das ist mal? Ne, das war früher mal. Ja, genau. Ne, da gibt's große Karne, weil es hier rum wird. Wer bin ich denn? Ach, ich bin nicht drin. Du fragst ne Geographie Niede. Ach, das ist weg. Ne. Du fragst ne Geographie Niede. Ich bin mal hier unter Orientierungsführer. Fragst du nach irgendwelche Städten und irgendwelche Bundesländer? Hättest du jetzt irgendeine Stadt? Sorry, tut mir leid. Also da muss ich zugeben, da bin ich ne Mega Niede drin. Also da kannst du mich immer auflaufen lassen. Hab ich ja gerade. Aber das mit Köln rede ich jetzt? Ich hättest sofort gesagt zu Gamescom Köln. Bö, das ist nicht mehr. Mach den. Ich dachte, ich habe vorher Frühe Auto gedacht. Ich weiß doch, wo ich mal in NRW war. Ich hab ja Landsberger Nummer chillt. Und dann hat mich jemand gefragt, dann komm ich denn her. Und ich hab gesagt, ja, ey, das ist in Duisburg. Oh, ja, Duisburg. Ah, kenn ich. So ehrlich. Ja, das ist so weit. Die kennen sich damit nicht mehr aus. Tja, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal reinkomme. Ich warte jetzt. Du warst du schon, du bist Checker. Nein, oder? Nee, wer ist das? Nee, wer ist das? Doch, ich bin der hier. Der, der kleine mit den Träger. Der hat, ne. Santino Marelle, Forelle. Du bist der, wo ein Zeichen drüber ist. Ich bin der, der am Boden liegt. Das ist sicher. Was schreiben die denn da um? Das war schon so gerade vollkommen im Überblick verloren. Ich bin nicht ganz ehrlich gesagt. Ach so, war doch. Weitwechslungswörse fix hin. Immer zu uns gut. Immer zu uns gut. Der Onkel, der hat so viel Platz hier. Für 120 Mann Socken hier. Sollen wir noch mal Leute halten? Ich hab aber so viel Essen gekocht. Die können das trinken noch. Der kleine Grüne, nein. Gibt's nicht. Zwei gegen zwei. Ach so, das muss ich noch ausschalten. Schreiben. Ach, ich bin ja da hinten. Wo seid ihr so her? So lasst mich! Ach so. Short hairbau. Schö Sieht dann auch so. Können wir einen hier bereits schreiben? Ja, gut. Nö, nicht, nicht schön. Maltke. Maltke. Ich mal ja. Maltke. Ach man, ich wollte dich rauswerfen aber der Ochse, der hält mich fest. Guck mal, warte mal! Der versucht mich durch den schwarzen zu ziehen. Oh, ich hab schon mal die Bauch mehr. das ist das Bier, das ist weg, ein guter Himmelkohler vergnügt, dann wäre ich jetzt schon weg. Ah, ich muss drücken. Ich bin der übelste Drücker. Und der ist weg. Und ich hab's. Okay, komm mal zu sein. Ich kann den auch gar nicht verbringen, weil dauernd werde ich von irgendeinem WLAN Klamotten angefasst. Boah, Alter. Boah, es ist kalt. Das sind minus 20 Grad. Du bist so weich, Alter. Das ist echt kalt. Meine Fresse, du bist so weich, Alter. Das ist kalt. Ich merk das noch. Ich hab voll die Cola weggeschüttet, die Restli und dann ist die eingefroren, bevor die unten angekommen ist. So kalt ist das draußen. Das ist verwortet, weil die fast auf der Hose geschüttet ist. Was? Hose? Du hast vorher was getrunken, oder? Ne, ne. Bitte. So, ich muss jetzt mal... Ich weiß nicht, was ich da mach. Der Typ, der kann nix. Ich will einen Andertacker haben. Kann der nur wieder reinkommen? Ja, Andertacker und Kane gegen Mark Henry und Big Show. Oh, okay. Ja, schreib auf. Macht nix. Du, auch wenn du rausfliegst. Das ist nicht schön. Ja. Mark Henry ist auch so ein Muskelprotz. Nelde, der ist dick, ne? Mark Henry? So ein... Mit dem HALG. Ach, HALG! Gibt's denn auch? Ne, HALG oben ist hier auch. Ach, der ist der HALG. Ja, der hat leider gesagt, dass Schwarze sich färben sollen. Dann ist er rausgeflogen aus der WWE. Ja, der ist weg. Komplett raus. Das wollte ich dir erzählen, aber der hat bestimmt nicht gesagt, dass Schwarze sich weiß gar nicht. Der hat gesagt, Schwarzer, geh mal in die Waschmaschine. Ey, keine Ahnung, irgendwas rassistisch ist. Vielleicht hat er gesagt, er ist wieder da und haben ihn da rausgeflogen. Ist der Film, hast du schon gesehen? Ja, ist ein Video in der Reihe gekommen, oder? Klar kam der schon, der ist schon im Kino, der ist schon bald wieder raus. Echt? Ja, ja. Kannst runterladen. Aber dann auch sehr schwer. Auf LEGENDÄR, LEGENDÄR ist noch überschwer. Okay? Legende. Was auf LEGENDÄR? Was? Ich versteh's nicht. Äh, mir gibt hier, mir gibt hier... Was? Ich muss jetzt mal rausfliegen, ich muss verlesen. Auf alle Fälle hab ich geflogen. Ne, so muss es sein. Ja, das wollte ich nicht. Also, wir sollen ein Letternatch machen, keine Ahnung. Was soll ein Letternatch machen? Ja, ein Letternatch. Ähm... Ich nehm... Äh, wir sind Andertager. Ich nehm Andertager. Kane... Dann nimmst du den Biker Andertager und ich den Kane. Und dann haben wir nämlich den Auftritt von... von... Ich bin immer an Biker gewesen. Ich bin ja mit dem Bike gegangen gegangen. Ey, das ist Brock Lesnar, wer hat denn den? Ich hab' niemand hier... Doch, der steht doch da dumm rum und guck zu. Mark Henry und da was, ne? Ich hab' schon gegessen. Aber bitte schön. So, das Match kam von... Ey, was? Ich hab' schon wieder meinen, ich hab' nicht gesprochen. Schreib's drin so gut, glaub, schreib's. 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 Andere Wünsche macht man nicht, mach eigentlich einen Wunsch. Du hast doch gesagt, du hast so viele Matches, die du wünschen willst. Hast du schon eines gelesen von Ratschumacher? Der kommt auch mit Midimi und Mannermachen. Ich hab das Match Hey gelesen und bitte auch sehr schwer. Das sind die neuen Matche. Die Extended Matche. Bin ich jetzt schon wieder drin? Du bist Brian Pillman. Wer ist denn der Pillman? Da hinten. Wer ist das? Ich drück dich. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist Glück gestorben. Nee, ich auch nicht. Der Pillman, wer ist das denn? Guck, ich mach nix. Und der macht ihm nicht so lange. Bist du vielleicht Papier? Bist du vielleicht Papier? Bist du nicht? Bist du 30 Papier? Bist du nicht? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Ich hab eine Nachricht. Ich muss lesen. Nee, ich muss nicht lesen. Das ist im Livestream. Ja. Das ist aber von... Achso, mit dem Bike herkommen. Was? Soll ich mit dem Bike herkommen? Bin ich hier hergekommen. Das war lustig. Fand ich. Du auch, oder? Ja, weiß nicht wovon ich rede. Das ist immer so. Wer bin ich denn? Komm ich jetzt auch mal wieder rein? Hey, Crashy. Moin Jungs. Hey, der Crash... Also nicht du. Sauber. Moin Jungs. Das könnte halt nur catchen. Oder spielt er... Ja. Ja, also wenn man erstmal... Wenn du... Wenn du das... Wir haben ein Angelegungsvideo gemacht, wo du gesagt hast, dass ich dieser Abend auch die TK-16 macht. Der möchte verlieren, weißt du. Ich hab gesagt, wenn es später nach ein paar Stunden ist, vielleicht noch mal was anderes zum Ballern oder sowas. Mal gucken. Aber erstmal Wrestling. Gabi, es gibt so viele Matche. Ich will alle durchzocken. Es gibt die Matche sehr schwer. Ja, da machen wir auch gegeneinander machen. Es gibt die Matche sehr schwer. Es gibt die Matche sehr schwer. Ja, da machen wir auch gegeneinander machen. Wenn wir das gegeneinander machen, dann... Das wird hey. Das wird hey und sehr schwer. Ja. Und zwei vor zwei gibt's auch. Ja. Bei zwei Unbekannten und zwei Unbekannten. Ich weiß nicht Leute, ich seh mich nicht. Ich weiß nicht wie ich bin. Gut doch, oder? Ich kann drücken was ich will, der zuckt keiner. Ist das Ding nur an? Das leuchtet. Ist das an? Ja, der Brain Pill, der kriegt hier ganz schön auf die Fresse. Wie bin ich das denn? Nein! Aber der macht ja die ganze Zeit Moves. Das bin ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich der politisch Bulldog bin. Aber der bin ich auch nicht. Guck, da kommt auch kein Blocken-Symbol mehr. Bist du überhaupt drin? Ich bin Bulldog. Wer bist denn du? Ich bin, ähm, ähm... Billy Gun. Wer? Billy Gun. Wer? Billy Gun. Zeig doch mal drauf! Was für eine Gun? Weißt du? Billy Gun. Ich kann das doch nicht lesen. Aber... Der, der in der goldenen Unterhose aufkommt. Der geht dann so raus. Zeig deine Unterhose, was die goldenen? Ja, aber komm ich jetzt mal wieder rein. Ich hab auch gedrückt X. Mensch, ich hab guck. Ihr seht's alle. X. Das ist jetzt ein bisschen spät. Ja, dann kommen wir die Leer an und dann ist halt X ein Mensch. Bist du trickleur? Echt? Der ist cool. Der fällt immer so komisch hin. Hm? Trickleur. Bin ich der jetzt? Weiß ich nicht. Was ist das? Der macht schon wieder irgendwelche Moves. Der macht gar nichts. Weil der... Boah, das ist grad geteilt durcheinander. Weil ich... Ja, Royal Rumble. Ich seh das auch nicht. Ich liege am Boden. Aber ich kann nichts drücken. Ich hab kein... Das bin ich nicht. Du hast dich... Du hast dich... Du hast dich... Du hast dich wahrscheinlich... Hast vielleicht Positionen 30 gewählt, oder? Ach, das kann sein. Na, dann ist wir noch ein Stück beschäftigt. Wieso? Das war schon 29. Ich kann lesen Kommentare. Kannst nicht alle. Ich bin rausgeflogen. Ne, 30 ist schon... 30 ist weg. Die anderen sollen hier auch dran kommen. Ach so. Okay. Die anderen sollen hier auch dran kommen. Wer? Die anderen sollen hier auch dran kommen. Auf alle Fälle habt ihr viel Fun. Ach so. Ja, wir haben viel Fun. Nicht viel zu tun. Viel Fun, Mann. Habe ich doch gesagt? Das meinte ich. Ja, meine ich. Die anderen sollen hier auch mal dran kommen. Ja, das Spiel jetzt 30. Leute, wenn der Onkel nicht klar kommt. Malt. 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 Bin ich jetzt drin? Wieso? Weil du gar nicht mehr kommst. Ich hab jetzt die Nummer 30 gewählt. Du hast dich wahrscheinlich für uns irgendwie rausgedrückt. Ich werde nun diesen Controller hier hinlegen. Du hast dich bei der Weiden unterliegt. Ja, aber es ist doch gleich eh vorbei. Gott sei Dank. Du hast dich bei der Weiden unterliegt. Du hast dich bei der Weiden unterliegt. Also Dick, er ist raus. Aber da wird schon für mich gelaufen. Ich hab dich ein paar Mal rausgekommen. Guck mal, da unten liegt Big E und der macht gar nichts. Also bist du das wahrscheinlich. Ja, ich bin der Big E. Ich dachte, nee, du bist Billy, ne? Aber der hat doch die ganze Zeit gekämpft. So, jetzt stellst du dich einfach dorthin und machst mal nichts. Nee, der geht's. Das bin ich nicht. Der hat sich selber rausgekickt. Nee, ich bin daraus geworfen. Aber so viel jetzt gibt es vielleicht ein bisschen klar, oder? Ich bin mal fündig. Das war dann wieder raus. Yeah, das ist er. Guck euch das an. Wow. Der lag aber auch lange in der Sonnbahn. Na, du fühlst du mir nicht. Eh, schade, dass man vor Ort 4 nicht die 2. Die Welt zurückkommt. Weil ich jetzt sofort Bock drauf. Mit dir durch die Welt zu laufen. Hunde zu halten. Kann man da noch machen? Aschenbecher sammeln. Oder den ganzen Tag Aschenbecher sammeln. Unhaarklammern sammeln. Und dann bauen wir uns einen Zaun. Kann man machen. Aus Maschen. Aus Aschenbecher. Ne, aus Maschen. Maschendrahtzaun. Dann sing mal. Ja, Onkel. Mach ich schon. Tja, wir können jetzt alle hier live Onkel sehen, wie er gerade versucht. Ja, wenn du dich selber wegdrückst, du hast dich selber ausgedrückt. Nein, das Spiel hat gesagt. Ist vorbei. Der andere Dicker ist raus, ist Ende. Dass ich nicht einfach einen nehmen kann, so ein Zufall so. Dass die einfach sagen, jo, nimm mich mal. Hab ich, ich hab mal gedrückt die X. Ich hab auf diesem Spiel so jetzt gerade auf dem Person. Vielleicht wurde ich unterwegs abgefangen. Reik muss er drücken. Bis von langsam. Du musst immer, wenn das Symbol ist drücken. Ja, siehst du? Boah, die beiden nur noch. Was war das denn? Der Schlagzeug und dann steht auf einmal sieben Meter auseinander. Matrix. Herr Fleck im Winter, ja. Der letzte Kampf. Der letzte Kampf. Der letzte Kampf. Da kommen keine Kommentare, sind wir noch online? Schalt mal was rein, ich hab grad nichts zu tun. Ich möchte irgendwas beantworten. Wie geht's euch? . Ich guck nach oben, wenn ich spreche. Wie geht's euch? Da muss auch einen indication... die meine Fresse schlag drauf schlag drauf los sie hat so alles das ist Das war die Antwort. Ich spreche doch nicht so als wäre es eine Frage. Ja, ich weiß. Ja, weil Fragen... Ich habe ja gesagt, ach so. Ja, ich... Du hast ihn natürlich leider gesagt. Ah, herrlich. Das heute nicht, Y-Games. Das ist absolut top. Was steht da noch? Ihr seid noch da. Wir zocken. Bis... Bis morgen nach. Wir sind noch da. Ah, wir zocken bis morgen früh. Ich hab's gesehen. Ja, wir sind auch ewig da. Bis... Bis wir ins Bett gehen. Ja. Wir machen natürlich. Ich schlafe in die Möbelbette. Ja, wir warten nur darauf, dass der Onkel mal den Kampf beendet, aber leider hat er gerade keine Lust und legt lieber auf dem Boden sein. Kannst du schon mit den Löwen unterhalten? Ja, mach ich. Kann ich da schreiben? Du kannst doch reden. Ach so, ja. Aber schreiben ist auch... Ja, ich wollte malen. Und wie willst denn dann... Dann hast du die Zuschauer von YouTube, die kriegen ja gar nicht mit, was du da geredet hast mit denen. Ach, genau. Jetzt mal doch nicht auf meinen Matchzettel. Ich... Guckst du denn, weil ich mal? Das ist für die Zuschauer. Ich kann doch nicht schreiben. So, nicht frei hat gewonnen. Ah. Ah. So, jetzt ist das durchlaufen. So, wer ist das? Ach so, ich muss noch das durchlaufen. Huchst du mal bitte weg? Mist. Ich helfe euch. Du kannst auch mit der Kamera gucken. Das ist ja gemein. Hier, bitte. Reden mit Mund. So, ich will jetzt zwei vor zwei machen. Reden mit Mund. Das war mal das erste Match. Der kann nicht mal malen, blöde. Ja. Also, ich habe es erkannt. So, das ist wie der Roboter von Fahre von 104, der Kassbord. Was ist das? Warum habe ich hier Wand dran? Warum habe ich da ein Waschbecken dran? Was ein Waschbecken? Ja, Leute. Habt ihr das Bild, ihr habt das ja gerade gesehen, ne? Habt ihr das auch erkannt, dass das ein Waschbecken sein soll? Was? Okay. Das ist ein Bizeps. So, okay. Jetzt müssen wir hier... Fangen wir an. Ah, das liegt am Bier. Der Ton ist doppelt. Wie der Ton ist doppelt? Welcher Ton ist doppelt jetzt sein? Ich habe die ganze Zeit gefragt, ist der Ton doppelt? Wie kann jetzt der Ton auf einmal doppelt sein? Wir haben den ja hier, hören wir den ja auch, damit wir auch ein bisschen was hören. Sonst machen wir den ein bisschen leiser. Und dann hört ihr das nicht mehr doppelt. Drück mal auf eine Lautstärke runter. Er drückt auf eine Lautstärke runter. So, wir sollen eins gegen eins machen. Zeig mal kurz, was für Matches es gibt. Also es gibt eins gegen eins, ist ja interessant. Es gibt einen normalen. False Card Anywhere. Also wo man überall pinnen kann. Da gibt es ein Iron Man Match. Das kann man glaube ich bis zu 30 Minuten ist das Match, was der meiste pinnert. Dann ein Submission Match. Also Aufgabe Match. Last Man Standing. Wer halt als letztes steht. Andertäger. No Holds Barret. Das ist sowas wie Extreme Rules. Ein Tables Match mit Tischen halt. Kein Tabu heißt das, No Holds Barret, ne? No Tabu. Und ähm. Leiter. Leiter. Leiter Match. Ich hab dir doch nur. Tische. Leiter. Leiter. Und Gürtel. Dann Steakage Match. Was ist ein C? Chair. Für Stühle. Ach so. Hell in a Cell Match. Das war's. Für Single Player. Und für 2 gegen 2 gibt es ein normales Match. Extreme Rules. Steel Cage. Hell in a Cell. Elimination. Tornado Tag. Das heißt wir sind beide im Ring und dann werden wir ausgenockt. Also ja. Und dann gewinnt gar keiner. Und dann gibt es ein Elimination Tag. Das ist mit Abwechseln und dann wird halt der Elimination. Absolut abwechselnd. So. Und dann gibt es halt noch das Royal Rumble. Der Rest ist eigentlich. Ja mach mal Fatal 4. Was gibt es da? Und 6. Mann gibt es auch noch was. Das muss schon alles sein. Ja. Hier leider Match und Force Code Anywhere. Und dann gibt es. Das ist eigentlich dasselbe. Geh mal auf 6. Mann. Ganz wichtig liebe Freunde. Elimination Chamber. Geh mal runter. Boah. Das wäre auch geil. Ich bock drauf. Also wer das möchte. Elimination. Das sind so 4 Stück aus dem Ring. Die sind in so einem Käfig drin. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit. Kommen die automatisch rein. Ja das sagte ich auch am Anfang Crashy. Die Kamera die hat ein Delay zum Bild. Das liegt am OBS. Das kann ich nicht. Ja. Das kann ich nicht beeinflussen. Er konnte es nicht einstellen. Das kann ich leider 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 nicht beeinflussen. Also das hier das wollen wir dann später vielleicht auch mal. Naja. Wir sollen jetzt auf jeden Fall ein Cage Match machen. Er nimmt schon wieder das Handy. Das ist unhöflich. Nein das ist nicht. Das ist äh. Ich wollte das. Ich wollte das. Wir wollten das letzte Mal tankgeschissen im Stream. Dass es unhöflich ist am Handy zu gucken. Wenn wir hier Livestream. Ich habe nur geguckt wie spät es ist. Wir müssen hier auf minimum. Challenge. Ich wollte da die